Hallo. Bena? Erinnerst du dich doch an dein Leben in einer Gesellschaft, in der kaltblütiger Mord geächtet war? Ich denke nicht, dass es kaltblütiger Mord war. Oh, das war es. Egal. Hola und willkommen in meiner Klinik. Ich bin Dr. Davalos, Yaras einziger und bester nicht zugelassener alternativer Psychiater. Die Kristalle sprechen von blockierten Chakren und einem negativen Gleichgewicht in ihrem Inneren. Sie sagen, sie hätten oft getötet? Sie brauchen dringend mein revolutionäres, alternatives Fünfeinhalb-Schritte-Therapie-Programm. Fangen Sie jetzt mit Schritt 1 an. Fangen Sie ein paar Fische, mindestens drei. Wenden Sie sich anschließend für weitere Ratschläge an mich. Jetzt beginnt Ihre mystische Erholung. Fangen Sie ein paar Fische, schließt... Erst wenn Antons Regime gestürzt ist, haben wir unsere Fahrt wieder. Das ist doch ein schönes Plätzchen zum Angeln. Irgendwie entspannt. Since Hermann am Kontakotoihuzustand. V describe ich gleich in unsere passenger. Inistgizcitssろう. Die Leute schoniht. Unterhandsen. Em Ehre. Ihr botwisch. drink. D bek. dich in name und technische Edelmer-Klaubez. Bevor大家 von hier in die Nagel-Klaume-Klaume-Klaume-Klaume-Klaume-Klaume-Klaume-Klaume-Klaume. Das war's. 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 Das war's.